Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen, gehe ich einen Weg, einen schweren Weg, wie der VfB Stuttgart gehen muss, oder sage ich am Arsch gelegt? Am Arsch gelegt! Am Arsch gelegt! Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.